So, Willkommen zurück zu Outlast Whistleblower Ja, im letzten Part haben wir versucht den Schelf-Gast da Ventile zu finden Aber er hat uns leider erwischt Muss ich erstmal gucken, wo das ist Zweitens darf ich mich nicht erwischen lassen Und so weiter Oh, ne, ey, das gibt's da ja nicht So, erstmal hier runter Heftig, ey Ja, wo bleibt er? Oh, Mann, ey Muss doch hier irgendwo sein Warte mal, vielleicht komm ich da hier Warte mal Hier können wir hoch, sehr schön Und dann würde ich hier auch direkt sein irgendwo das Scheiß-Ventil, ey Hm, da ist rum Mach ich hier mal zu Und hier haben wir doch das Ventil, sehr schön Gelange zum Funkgerät im Im Gefängnis Äh, da Was die hier verlangen Das ist manchmal Gelange zum Funkgerät im Gefängnis Oh, oh Mal schnell nachladen hier Ich hoffe, ich bin hier richtig Jawohl Oh Da lag es mal ein Funkgerät, aber ich denke mal ist das nicht good, was wir brauchen Oh Ja, nicht mal so easy, das Game. Schon Hammer. Oh, jetzt bin ich hier irgendwo draus. Meine Kamera macht das auch nicht gerade leicht. Und da ist es zu. Und hier rennt Dina rum. Der Dina in der Ecke. Hm. Yes. Das wäre da. Man, das ist ja so super hell hier, ey. Boah, da wüsste ich gar nicht wohl lang, ey. Oh, du kranker Bastard, alter. Ja. Das ist ja schön. Hm. Choram. Oh, das ist so scheiße hell hier, ey. Oh, nein. Oh, nein. Hm. Oh, nein. Hm. Wahrscheinlich hier runter. Kranker Pisser, ey. Kinodokumente, okay. Aber eine Leiter, sehr schön. Ah, hier können wir durch. Batterien-Ocean da fast leer, ja, ist da behindert, ja. Na, dann mach es. Legt mich um, ey. Mann, ist das hier hell, ey. Hier gehen wir einfach mal außen weg. Boah, Alter, was war das, Alter? Ein Schädel. Sehr schön. Freut mich, oh verpiss dich, Alter. Du bist gebohrt, Alter. Alter, was für scheiß Hohensöhne, Alter. Na, zu, war klar. Notiz war das nicht. Ein Dokument. Weniger bekannte ökologischen Aspekte der Menschheit. Ausruf von 1957 und Kommentar auf dem Eckbericht Operation des TST. Die Beeinflussung, männliches Verhalten, der potenzielle Einsatz von C-Schumikalien in politisch motivierten Operationen ist wohl bekannt, jeder wohl diese Möglichkeit nicht so intensiv und nachhaltig untersucht, wie man annehmen sollte. Die Chemieabteilung beeinhalten, die als Teil ihres Plans und darauf vorbereitet zu sein, eine solche Aktion zu unterstützen oder zu ermöglichen. Nicht-chemische Methoden für den ein, zwei politisch motivierten Operationen sind ebenfalls im Plan enthalten. Anmerkung, J. Leber, 15. April 1958, der vorige MKUltra-Auszug muss der Abteilung für den technischen Service vorgelegt werden, um die Finanzierung und Genehmigung zur Weiterführung der Forschung von Dr. Rudolf Werniger-Asset-14866 und Projekt Wallrider fortzusetzen. Orlopzien der erlangten Versuchsobjekte wiesen chemische Inhalte in den Körpern auf metallische Tumore, Hinweise auf pseudodermale Verbrennung, was auf hohen Dosen von C-Schumikalien hinweist, oh Mann, C-Hinweis 92387HS Berlin, 6. September 1938 in Berlin, warum auch nicht, die Wallrider Warnvorstellung. Hmm, betrefft Patient Samuel. Ah, gut, wir haben wieder einen, einen und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, berniges Märchen zu sehen. Es war nie den Antrieb direkt ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stocks in diesem Gebäude gewesen. Denn es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in Höhere Reichweite eines angestellten Wachmanns über Wallrider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über ein solch obskure und mysterische Geschichte gestolpert ist. Boah, äh, es ähnelt so sehr dem Fall von Dr. Samuel und den anderen von ihm. Ähm, es ist eine Sache, wenn man ursprünglich gesundes, mythinisches Personal unter der Bahn der Warnvorstellung ihrer Patienten fallen. Aber es ist etwas anderes und wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlichen miteinander sprechen, Billings. Scheiß-Ghetto hier, Alter, ey. Mann, 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 Mann. Oh, wahrscheinlich hier lang. Älter, 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 verpiss dich mal, Missgebot, älter. Ja, das ist zu. Eine Batterie können wir immer hier brauchen. Geht hier noch irgendwo ein Dokument? Ne. Dann können wir da hoch. Zack. Ne, dann spring doch, Alter. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kann ich aber auch verstehen, diese scheiß verfickte Ghetto hier, Alter. Naja, würde ich sagen, machen wir hier erst mal Schluss und sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Part wieder, also haut da rein. Ja村 mit ofertum였 sounding Na, nein, 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 nein. Oh, ja, mein Mann! Na, nein, nein, sie sind so... Ja, mein Mann. Ja, nein, 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 nein,ларmaß! Ja, cosmic schnell ist, calculate... Ja, das war ein.